Caroline Herfurt und Christopher Doll sind ein starkes Team, vor und hinter der Kamera. Die beiden arbeiten seit Jahren zusammen. Seine Beziehung hat das Paar jedoch lange geheim gehalten. Im Sommer 2023 machten die Schauspielerin und der Produzent ihre Liebe publik. Ein Schritt in die Öffentlichkeit, der sich richtig angefühlt hat. Es hat sich einfach mittlerweile nach so einer langen Zeit, in der man eben auch als Arbeitsteam jetzt so lange schon beruflich da steht und er jetzt auch die Regie übernommen hat für einen Film, vor dem ich vor der Kamera stand, unnatürlich angefühlt, damit nicht offen umzugehen. Auf der Medienboardparty im Rahmen der Berlinale steht auch das gemeinsame Projekt des Paares im Vordergrund. Mit dem Familiendrama Eine Million Minuten feiert Christopher Doll sein Debüt als Regisseur. Etwas, das Caroline stolz macht. Ich hatte schon sehr lange den Wunsch und die Sehnsucht danach, dass er sich diesen Hut mal aufsetzt. Und ich bin sehr stolz, dass er das gemacht hat. Die gemeinsame Leidenschaft des Films verbindet die beiden. Gegenseitig profitieren sie voneinander. Wir arbeiten ja schon wirklich sehr, sehr viele Jahre zusammen und sehr eng und sind da sehr vertraut. Und ich glaube, dass man sich in der Arbeit, wenn man so eng zusammenarbeitet, die ganze Zeit Sachen voneinander anguckt und sich gegenseitig inspiriert und auch mal sagt, jetzt ist mal Schluss oder da geht's nicht lang und da geht's lang. Wie der gemeinsame Film des Paares geworden ist, sehen Fans seit dem 2. Februar 2024 auf der Kinoleinwand.